Hallo und willkommen zu einem neuen Video auf linkvitize.net. Heute gehen wir auf ein wichtiges Thema für das Ökosystem von Linkvitize ein, und zwar die Richtlinien. Um eine gute Zusammenarbeit zwischen Plattform und Nutzer zu gewährleisten, ist es von großer Bedeutung, dass unsere Richtlinien stets eingehalten werden. Daher ist es unerlässlich für eine erfolgreiche Zusammenarbeit, sich mit den Richtlinien von Linkvitize vertraut zu machen und diese auch stets zu befolgen. Dieses Video dient also zur groben Erklärung der Richtlinien auf unserer Plattform. Wer aber auf einen genauen und vor allen Dingen aktuellen Stand unserer Richtlinien zugreifen möchte, kann gerne auf der Linkvitize-Seite in die Programmrichtlinien schauen und sich dort noch einmal einlesen. Doch zunächst erstmal die Frage, warum ist das Befolgen von den Richtlinien bei Linkvitize so wichtig? Nun, als Nutzer ist es vor allen Dingen sehr wichtig, Richtlinien zu befolgen, um den Account-Status nicht zu gefährden. Denn was kann passieren, wenn man gegen Richtlinien auf Linkvitize verstößt? Dazu nehmen wir zwei Unterscheidungen vor und zwar zum einen Verstöße gegen Content-Richtlinien und zum anderen Verstöße gegen Zugriffsrichtlinien. Was genau sind Content-Richtlinien? Das sind Richtlinien, die sich auf den Inhalt der verlinkten Seiten beziehen und auch von den Seiten, von denen ihr Besucher auf eure Linkvitize-Links schickt. Häufige Verstöße dieser Richtlinie sind zum Beispiel das Verlinken von Inhalten für Erwachsene. Das können zum Beispiel Seiten sein, auf denen anzügliche Bilder geteilt werden oder pornografische Inhalte verbreitet werden. Solche Inhalte sind bei Linkvitize strengstens untersagt und das gilt auch für die Seiten, von denen ihr Klicks auf Linkvitize-Links bekommt. Ein anderer häufiger Verstoß gegen unsere Inhaltsrichtlinien ist zum Beispiel das Verlinken von urheberrechtlich geschütztem Material. Linkvitize-Nutzer dürfen nicht auf Seiten verlinken, die urheberrechtlich geschütztes Material wie zum Beispiel Kinofilme, Fernsehsendungen oder ähnliches verbreiten. Ein weiterer Verstoß gegen Linkvitize-Richtlinien kann es auch sein, dass man Links auf unseriösen Seiten platziert. Wenn man zum Beispiel in einem Hacking- oder Cracking-Forum Linkvitize-Links setzt, verstößt dies auch gegen Richtlinien, auch wenn im ersten Moment nichts Illegales verlinkt wird. Das Setzen von Linkvitize-Links auf solchen Seiten wird genauso verfolgt wie das Verlinken von gefährlichen oder illegalen Inhalten. Der nächste große Punkt neben Urheberrechtsverletzungen, Inhalte für Erwachsene oder das Thema Hacking und Cracking ist das Thema Mall und Adware. Es ist nicht erlaubt, Linkvitize-Nutzer auf Seiten zu schicken, die Trojaner oder Viren installieren können. Das können auch Seiten sein, die übermäßig von Pop-Ups oder unseriösen Werbeanzeigen überladen sind. Okay, das waren jetzt die größten Punkte unserer Content-Richtlinien, mit denen wir es oft zu tun haben. Wenn du dich aber über die gesamten Content-Richtlinien informieren möchtest, empfehlen wir dir, auf die Linkvitize-Seite zu gehen und dir in den Programmrichtlinien die jeweiligen Punkte durchzulesen. Nun aber zurück zur Frage, was passiert, wenn man gegen solche Content-Richtlinien verstößt. Der eigene Account erhält den Status Nutzer mit besonderem Traffic und das kann dafür sorgen, dass einige Werbeeinstellungen nicht mehr verfügbar sind. Da jeder Linkvitize-Nutzer nur maximal ein Account besitzen darf, empfehlen wir wirklich, diese Richtlinien zu beachten. Sollte es sich bei dem Nutzer auch um schwerwiegende Verstöße gegen die Content-Richtlinien handeln, kann der Account auch deaktiviert werden. Man hat dann keine Möglichkeit, das bestehende Guthaben noch auszuzahlen und man ist damit auch permanent von unserem Netzwerk ausgeschlossen. Es ist nicht erlaubt, einen weiteren Linkvitize-Account zu erstellen und so unserem Netzwerk illegalerweise wieder beizutreten. Wird das erkannt, wird auch dieser Account wieder gesperrt, auch wenn man mit diesem neuen Account vielleicht nicht gegen die Richtlinien verstößt. Daher sorgen Sie bitte dafür, dass Ihr Account stets frei von Richtlinienverstößen bleibt. Die zweite Art von Richtlinienverstößen auf unserer Plattform sind die Art der Zugriffsquellen. Linkvitize-Nutzer dürfen keine Software oder andere Methoden dazu verwenden, die Anzahl der Klicks auf Links betrügerischerweise zu erhöhen. Das sind zum Beispiel sowas wie Pay-to-Click-Programme, Traffic-Exchange-Programme, bei denen man Website-Besucher kauft, Pay-to-Serve, Auto-Serve oder andere Exchange-Programme oder Bots oder andere Drittanbieterleistungen zur Generierung von Besuchern. Diese und weitere Mittel zur Erhöhung des Traffics sind strengstens untersagt und werden schon beim geringen Verdacht verfolgt und direkt mit einem Account-Bahn bestraft. Diese Art von Account-Bahn ist auch permanent und unwiderruflich. Des Weiteren zählt auch dazu, nicht auf eigene Links zu klicken. Wir können es durchaus verstehen, dass man vielleicht mal zu Testzwecken auf einen eigenen Link klickt, um zu prüfen, wie das Ganze in der Live-Ansicht aussieht. Sollte es aber dazu kommen, dass man zu oft auf eigene Links klickt, wird auch dies direkt mit einem Account-Bahn bestraft. Das ist der Grund, warum wir unsere Richtlinien sehr ernst nehmen und auch hart durchsetzen. Wir möchten unseren Partnern ein gesundes Netzwerk anbieten, um euch eine hohe RPM zu garantieren und auch weiterhin mit allen Parteien gut zusammenarbeiten zu können. Falls es konkrete Fragen zu einzelnen Richtlinien gibt, bitte ich euch, die Programmrichtlinien gründlich zu lesen und euch bei Bedarf bei dem Support bei Linkvitize zu melden. Dort bieten wir in allen Fällen einen Support-Chat an, der euch bei euren Fragen zu den Richtlinien hilft. Damit bedanke ich mich fürs Zuschauen dieses Videos und wünsche euch viel Erfolg auf linkvitize.net.